Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jaa Herbstmittagel 2015 Wir sind heute angekommen und es macht uns sehr viel Spaß Jaa 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 Die Diskussion bringt ja Leute zusammen Guten Tag, ich bin Vertreter, ich finde Satire geht nicht Es ist ja so, dass Satire auf jeden Fall überspitzt sein muss, sonst macht die ja irgendwie auch keinen Sinn Man muss da vorsichtig sein, wie man es formuliert, denn noch ist Satire wichtig, um diesen Diskurs in einer guten Art und Weise anzuregen und zielführend zu agieren Jaa 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 Jetzt sag mal's, Franzi, das ist mir jetzt gerecht Jaa Ich weiß nicht so recht Ich weiß auch nicht genau Jaa Vielleicht mal... Wie heißt denn der Kopfstand Methode? Oh Kopfstand Methode Kopfstand Kopfstand Scheint mir gerecht zu sein Jaa Wir sind gerechtig sein 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 Also was ist jetzt gerecht? Ähm Wenn alle, die zu einem Kongress kommen, von einer singenden Blume begrüßt werden Wenn alle bei der offenen Bühne mitmachen können Schwester Jakob, Schwester Jakob Schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding-Dang-Dong Ding-Dang-Dong Warum hast du gestern eigentlich deine Brille verschluckt? Wegen des Blinddarms Wenn ein Vogel, der sich verirrt hat, reinbeinen darf Wenn es Kuchen für alle gibt Erstmal setzt du die Glocken an ? ? ? ? ? ? ? ? ? Rot an den Baum, ich bin Rot an den Baum, ich bin den Zeigefälter. Rot an den Baum, Rot an den Baum, ich bin den Zeigefälter. Du grüßt dich nur zur Sommerzeit und sei auf den Winter. Rot an den Baum, Rot an den Baum, ich bin den Zeigefälter. Gesucht wird ein Headquarter Management Assistant with Special Professional Learning Skills. Du wirst dich bitte nur, wenn du folgende Bedingungen erfüllst. 3 Jahre Auslandserfahrung, 1,0 Masterabschluss, Englisch, Spanisch, Norwegisch, Arabisch, Japanisch, Kenntnisse auf hoher Sprachniveau, 5 Jahre Berufserfahrung. Bewerber dürfen nicht etwa 20 Jahre sein. Die Wind ist beginnend mit Sperlen zu beut. Die Wind ist beginnend mit Sperlen zu beut. Ich glaube, ich müsste Charlene auspacken. Ich wäre schon eher, wenn ich zu sparen. Ich möchte alle Polarbeer, dass ich die Vierne ausleiten kann können. Zwei Haare, den Ball an die Quart und Rad schreit die Maus. Zwei Haare, drei Riesen. Der Stier. Ein jeder Stier hat oben vorn, auf jeder Seite je ein Horn. Doch ist es ihm nicht zuzumuten, auf diesem Horn auch noch zu tuten. Nicht drum, weil er nicht tuten kann, nein. Er kommt mit dem Maul nicht ran. Jedenfalls kommt gleich der junge Doktor. Was für ein Doktor? Ich bin nicht krank. Ich bin ein hochfunktioneller Soziopath. Sehen Sie, Ihr Name steht darunter und die Adresse Baker Street 221 B. Das ist hier. Gut kombiniert, Mist, John. Nicht schwer, wenn man lesen kann? Mein Name ist Watson. John Watson. Sing ein Lied gegen schlechtes Wetter. Sing ein Lied gegen Nebel im Haus. Sing ein Lied und rei dich mit ein. Wir wollen dich befreien. Mach die Pfeife raus. Hä? Dr. Freud, können Sie mich von meiner Koffeinpflastersucht heilen? Ich habe eine Pflasterallergie bekommen. Oh, da fällt mir ein. Ich glaube, ich habe den Müll falsch sortiert. Pflasterallergie in Trocken. Psychéивone. Du brauchst du? Du brauchst du? Du brauchst. Okay. Ein kleines Steinchen rollte munter von einem hohen Berg hinunter. Und als es durch den Schnee so rollte, war es viel größer, als es wollte. Da sprach der Stein mit Stolz, Niene, jetzt bin ich eine Schneelawine. Er riss im Rollen noch ein Haus und sieben große Bäume aus. Dann rollte er ins Meer hinein und dort sank der kleine Stein. Wir sind hier auf dem Heilspektakel und heute ist Sonntag und es ist jetzt schon fast vorbei und wir fanden es aber richtig, richtig schön, ne? Es gibt viele tolle Workshops, auch total interessant und ganz viele nette Leute und richtig leckeres Essen, ne? Legal. Ja, ganz toll, egal. Es geht hier auch um Gerechtigkeit und Ökologie. Ökologie auch und Umwelt. Alles Gute eigentlich. Es geht hier um gute Sachen. Auch um die Scheißsachen natürlich, aber auch wie wir die Scheißsachen wegmachen können. Genau. So, was machen wir jetzt? Singen wir noch ein Lied. Gibt's ein Lied? Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Wir Tauert hat ganz tolle Dinge. Danke, 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 danke. 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 Danke, danke.